NAS, die private Cloud für zu Hause. Einmal bezahlen und anschließend automatische Backups, sicher bei euch zu Hause und trotzdem jederzeit verfügbar, wie in der Cloud. Genau das will ich euch heute zeigen. Vor allem ist ein NAS noch tausendmal mehr als nur ein zu Hause Cloud Speicher. Es ist der Startpunkt für euer Smart Home, ein eigener privater Server, ein Medienzentrum und sogar ein Adblocker und euer eigener kleiner Rechensklave, wenn euer PC doch mal am Schlafen sein sollte. Nach meinem Cloud Speicher Anbietervergleich haben mir wahnsinnig viele von euch in den Kommentaren geschrieben, dass ein NAS eigentlich eine viel bessere Idee wäre, als einen Cloud Dienstleister zu benutzen. Und deswegen habe ich mich für dieses Video mit Synology zusammengetan. Aus transparenten Gründen, sie haben mir das Produkt gratis zugeschickt und sind Partner für dieses Video. Daher werde ich das NAS auch nicht reviewen, das wäre nicht objektiv. Ich zeige euch deswegen einige Unterschiede, Vor- und Nachteile zur Cloud und was ihr damit alles machen könnt. Also los geht's. Bevor ich euch das NAS aber genau zeige, was ist ein NAS eigentlich? NAS steht für Network Attached Storage. Im Grunde ist das tatsächlich ein kleiner Computer, der hauptsächlich zum Speichern von Daten dient. Ihr könnt es euch vorstellen wie eine externe Festplatte, nur halt als eigenständigen Mini-PC mit extrem vielen Extra-Funktionen und Anschlüssen. Der große Vorteil, ein NAS hängt direkt an eurem Heimnetzwerk, also an eurem Router. Dadurch könnt ihr von jedem Gerät bei euch zu Hause auf eure Daten zugreifen, egal ob vom Laptop, Smartphone, Desktop-PC oder Smart-TV oder sonst irgendwas. Und mit der richtigen Einrichtung könnt ihr das sogar von unterwegs. Das machen wir nachher zusammen. Aber warum nicht einfach eine ganz normale externe Festplatte nutzen, fragt ihr vielleicht? Ganz einfach Sicherheit und Flexibilität. Ein NAS bietet euch in der Regel die Möglichkeit, eure Daten auf mehreren Festplatten zu spiegeln. Wenn dann also doch mal eine ausfällt, dann habt ihr immer noch eine Sicherung, weil ihr auf zwei Festplatten dasselbe habt. Das nennt sich RAID. Bei einer einzelnen externen Platte wären eigentlich alle Daten in so einem Fall futsch. Bei RAID könnt ihr die Daten von der zweiten Platte wiederherstellen und es ist gar nichts passiert. Sogar bei einem Ausfall der Platte bleiben alle Daten vorhanden. Plus eine externe Festplatte müsstet ihr natürlich immer mitschleppen. Euer NAS, das darf einfach zu Hause stehen bleiben und je nach Modell sollte es das auch. Aber das seht ihr gleich. Für mich aber ganz besonders wichtig die Datensicherheit. Mit einem NAS habt ihr eure Daten immer bei euch zu Hause und nicht irgendwo in der Cloud. Ihr wisst also genau, wo sie liegen physisch und wer darauf Zugriff hat, weil ihr das eingerichtet habt. Und wenn wir uns an die ganzen Angriffe erinnern, dann sollte das eigentlich der Standard sein, nicht die Ausnahme. Gleichzeitig könnt ihr aber auch mit den meisten NAS-Systemen automatisch Backups von euren Computern und auch Smartphones erstellen, die automatisch laufen. So habt ihr also auch von denen eine Sicherheitskopie, falls doch mal irgendwas schiefgehen sollte bei eurem Smartphone zum Beispiel. Und natürlich gibt es noch die ganzen anderen Funktionen, aber dazu nachher mehr. Bevor ich euch das aber alles zeigen kann. Synology hat mir definitiv nicht die kleine Variante geschickt. Die haben auch mein Video über Cloud-Speicher gesehen und die wissen, dass ich fast 80 Terabyte an Speicher verbrauche. Das hier ist das Synology NAS DS3622XS Plus. Auch wenn sich XS klein anhört, würde ich eher sagen, dass es die größere Variante von dem, was man machen kann. Für Privatpersonen gibt es natürlich noch viel kleinere Versionen. Aber das hier ist einfach großartig für mich. Platz für insgesamt 12 Festplatten oder SSDs, die Miss Synology auch gleich mitgeschickt hat. Acht Platten mit jeweils 18 Terabyte. Vielen Dank dafür. Aber wie ihr hört, muss ich nicht alle Slots besetzen, sondern kann sogar noch mehr erweitern. Es werden von diesem Modell bis zu 200 Terabyte pro Volume unterstützt. Nächste Kamera ist dann also wohl in 6K oder 12K. Ah, und wem das noch nicht reicht, es gibt hier auch noch Expansionseinheiten dafür, über die ihr sogar noch mehr Platten verbinden könnt. Und über die USB-Anschlüsse könnt ihr sogar noch externe Festplatten anschließen. Das werde ich nutzen, um meine externen Festplatten einfach mal in das NAS reinzuleeren. Die brauche ich jetzt zum Glück nicht mehr. Das Beste dabei, die Software regelt das eigentlich alles für mich. Die Festplatten lassen sich ganz einfach einsetzen und sogar im laufenden Betrieb austauschen. Praktisch, wenn man mal mehr Speicherplatz braucht oder eine Festplatte auswechseln muss. Aber im Gegensatz zur Cloud müsst ihr euch da natürlich selbst drum kümmern. Also zum Beispiel Festplatten austauschen, falls mal was sein sollte. Auch hinten beim NAS finden wir jede Menge Anschlüsse. Neben den üblichen Verdächtigen wie USB und E-SATA gibt es auch hier noch zwei 10 Gigabit Ethernet-Ports. Damit lässt sich das NAS direkt ins Heimnetzwerk reinverbinden. Besonders nice für das deutsche Internet. Denn meine Cloud ist dann mit 50 Mbit angebunden. Mit einem NAS geht ihr ja, wenn ihr zu Hause seid, aber nicht über das Internet. Zu Hause habt ihr also die vollen 10 Gigabit. Es zählt dann also nur, welche Leitung ihr bei euch zu Hause in Form von Kabeln verlegt. Und da erreiche ich natürlich weit mehr als online. 10 Gigabit allerdings, das schafft meine PC-Festplatte leider nicht. Wie gesagt, ein NAS dieser Größe richtet sich eher an kleine und sogar mittlere Unternehmen, was ich aber fairerweise auch bin. Für Privatpersonen gibt es aber auch passende Modelle und auch größere Modelle sind verfügbar. Die FS-Reihe antwortet besonders schnell. Die SA-Reihe ist für noch mehr lächerliche Datenmengen als meine bekannt. 1,7 Petabyte sind da gar kein Problem. Aber es gibt auch angenehm kleine Varianten mit zwei oder vier Festplattenplätzen in der Plus-Serie oder auch der Value-Serie. Ich kann euch da den NAS-Berater von Synology sehr empfehlen, je nachdem, was ihr vorhabt. Und hier wird es jetzt spannend. Denn wie ich schon angeteasert habe, ist ein NAS eben eigentlich ein Mini-Computer, der auf extra viel Speicherkapazität ausgelegt ist. Das habt ihr, denke ich, gerade bei uns gesehen. Aber das heißt eben lustigerweise auch, dass ihr auf eurem NAS noch beliebige andere Dinge einfach laufen lassen könnt, wie auf einem Rechner, der immer an ist. Bei Synology läuft das Betriebssystem Disk Station Manager, kurz DSM. Wenn ich da aber jetzt jedes Gerät im Heimnetz damit verbinde und auf Dateien lesend und schreibend zugreifen kann, dann heißt das doch eigentlich auch, ich habe eigentlich so ziemlich schnell einen Media-Server bei mir, oder nicht? Hier, das ist einer der Ordner, der meine Fotos beinhaltet. Das ist alles automatisch hochgeladen mit dem Backup-Tool für mein Smartphone direkt in mein eigenes NAS, das bei mir zu Hause steht. Damit kann ich dann aber auf meine Fotos zum Beispiel mit einer Timeline zugreifen. Und natürlich kann ich eben genau das auch mit Freunden und Familien teilen. Mit Passwort, öffentlich oder sogar mit einem Benutzerkonto. Da ich aber sowieso auch meine Videos darauf parke, kann ich auch einfach meine YouTube-Videos direkt auf dem TV mit Android TV schauen. Und natürlich geht das auch mit Musik. Das NAS ist also nicht nur NAS, sondern im Gegensatz zu Box, Drive oder Dropbox auch direkt eine Medienstation. Und bei Synology ist auch Office mit dabei. Ich kann hier beispielsweise direkt auf dem NAS ein Dokument anlegen und anfangen zu skripten. Freigeben ist ja dann genauso möglich wie mit Google Docs, nur dass das Dokument eben nicht in der Cloud liegt, sondern bei mir lokal. Und da immer mehr Firmen anfangen einfach alles, was ihr mit ihnen teilt für AI-Training zu verwenden, ist das eine Möglichkeit, da drum herum zu schiffen. Denn diese Daten liegen ja nur bei euch zu Hause. Und erst neulich im Podcast haben wir uns darüber unterhalten, dass ja bei Google eine Art Teams-Chat fehlen würde. Wenn ihr das wollt und einrichtet, könnt ihr auf eurem NAS einen Mail-Server starten und auch einen Team-Chat bauen. Und wenn ihr ganz wild drauf seid, dann könnt ihr sogar virtuelle Maschinen oder Docker darauf hosten. Oder sogar Git und Apache. Aber das sind Themen für ein anderes Mal und wahrscheinlich auch für den anderen Kanal. Das geht eher an die ITler. Für die meisten von euch machen wir aber mal das folgende. Ich will meine Videos von meinem NAS, das zu Hause steht, auch von unterwegs schauen können. Das richten wir jetzt mal ein und schauen, wie kompliziert das ist. Wir richten Quick Connect ein, beziehungsweise haben das schon, weil das direkt beim Setup schon dabei ist. Und dazu brauchen wir natürlich ein Account bei Synology. Das brauchen wir, damit Synology uns eine dynamische Domain zuweisen kann. Sagen wir, ich bekomme die Domain Example.com, mit der ich dann aber immer auf meinen NAS zugreifen kann. Folgende Situation. Euer Router hat eine IP-Adresse, mit der von eurem Internetanbieter, in meinem Fall ist das Vodafone, identifiziert werden kann. Für alle. Die ändert sich aber regelmäßig. Meist, wenn ihr eben euren Router aus- und wieder anschaltet, dann bekommt ihr eine neue. Example.com weiß das aber nicht und würde eigentlich immer auf eure alte IP-Adresse verweisen, bis ihr das händisch ändert. Deshalb, weil das umständlich ist, gibt euer NAS, wenn es die Verbindung aufbaut, dann an Synology einmal eure neue IP-Adresse durch und sagt, hey, Example.com, bitte zeigt doch auf die neue IP-Adresse. Das ist alles voll automatisch und wir müssen uns da nicht drum kümmern, das nur ein einziges Mal einrichten. Ihr kennt das vielleicht als dynamisches DNS oder DDNS. Quick Connect ist genau das, mit noch ein klein bisschen mehr. Für DDNS müsstet ihr jetzt noch spaßige Dinge wie Port Forwarding, Firewall und so weiter einrichten. Und das Problem ist, dabei kann leider sehr viel schief gehen, weil es sehr viel komplexer einzurichten ist als Quick Connect. Grundsätzlich gilt, alles was man selbst verwalten und selbst machen muss, ist potenziell eine Fehlerquelle und damit ein Eintrittstor für Hacker. Deswegen für dieses Video hier, nehmt einfach Quick Connect. Mit Quick Connect könnt ihr auch direkt auf euer NAS zugreifen, also alles machen, was ziemlich geil ist. Grundsätzlich ist die Quick Connect Verbindung natürlich auch verschlüsselt, aber trotzdem ist das Ganze natürlich nicht ohne. Immerhin öffnet ihr euer NAS für Le Internet. Denn sobald jemand die Quick Connect ID herausfindet, sei es durch eure Browsing-Daten oder durch so ein Screen Recording, wie wir das hier gemacht haben, dann kommen sie zur Login-Seite und könnten versuchen, dann euer Passwort zu stehlen, indem sie euch Phishing dafür schicken. Ihr könnt eure ID natürlich jederzeit bei Synology zurücksetzen und natürlich müsst ihr dennoch auf das Phishing reinfallen, aber trotzdem sind Menschen einfach fehleranfällig. Ich auch. Und auch Synology versucht dann natürlich einzuschreiten, so gut sie können, aber sie können ja nicht wissen, ob ein Zugriff von euch stammt oder einem Angreifer, der es böse meint. Habt ihr dann also ein schwaches Passwort eingerichtet, dann ist das natürlich weniger sicher, als wenn euer NAS gar nicht über das Internet erreichbar ist. Klar oder? Deshalb lasst mich ganz kurz zeigen, dass wenn ihr ein starkes Passwort gesetzt habt, ihr einfach auch in eurem NAS automatische Logs einrichten könnt. Zum Beispiel maximal drei Versuche in zehn Minuten. Das macht Passwort erraten quasi unmöglich, weil man einfach fast keine ausprobieren kann. Wenn ihr dann also nicht auf Phishing reinfallt, dann braucht ein Hacker da mehrere Millionen Jahre zum Erraten des Passworts. Ich habe das wirklich ausgerechnet. Es sind Millionen. Das zweite, wie ein Hacker das ausnutzen könnte, wäre eine Sicherheitslücke bei Synology. Deshalb auf jeden Fall automatische Updates bitte aktivieren. So und jetzt kann ich das nutzen. Ich lade einfach die Fotos App von Synology und die Video App von Synology aus dem Google Play Store, logge mich mit meinem Quick Connect ein und schon kann ich meine Videos auf meinem Smartphone von überall sehen, die auf meinem NAS liegen. Mal von meinen Erklärungen abgesehen, ist das Einrichten eine Sache von ungefähr zehn Minuten. Und das muss ich nur ein einziges Mal machen. Das klappt übrigens auch mit den TV-Geräten von Freunden, die ja auch nicht bei euch zu Hause sind. Die müssen keinen VPN einrichten, die können das einfach so benutzen. Heißt, die bekommen jetzt auch alle meine Videos und ich zwinge sie einfach, jedes Video einzeln zu sehen. Aber gut, ich muss natürlich echt sagen, ich bin ziemlich beeindruckt, wie reibungslos und einfach das alles ist. Heutzutage ist ein NAS nicht mehr verpflichtend verbunden mit einer halben Sys-Admin Ausbildung, sondern wirklich einfach und schnell möglich. Nach oben hin sind aber mit Docker und Home Automation im Smart Home Bereich und selbst Web Hosting oder Python alle Dinge machbar, für die man normalerweise gerne einen Web Server zu Hause haben würde oder sogar mieten müsste. Und das alles bei euch. Ich habe auch die Backup Software nun bei mir eingerichtet und meine Handy Aufnahmen werden automatisch in meinen NAS befördert, was einfach Komfort ist. Und das bringt mich zu dem eigentlichen Vergleich nach dem Test. NAS oder Cloud? Meine ehrliche Meinung, ich nutze beides und ich werde auch wahrscheinlich beides weiterhin nutzen. Lass mich das ganz kurz erläutern. Das NAS kann alles und fairerweise sogar noch deutlich mehr als mein Cloud Anbieter. Datenspeicherung ist für mich mit meinem NAS sogar deutlich schneller als mit der Cloud, weil ich offensichtlich damit nicht an mein deutsches Internet reduziert werde. Es läuft ja alles lokal und nicht wirklich online. Heißt, lokal habe ich 10 Gigabit pro Sekunde statt 50 Mbit. Speicherplatz ist quasi grenzenlos, je nachdem welches Modell ihr euch holt und wie viele Festplatten, dass das beim NAS sogar noch vollautomatisch klappt. Sowohl für Handy als auch PC. Das finde ich richtig gut, denn die mobile Box App ebenso wie die mobile Dropbox App synchronisieren nicht meine Daten automatisch. Die meckern immer rum und bringen nur Fehler. Google Drive war das einzige, aber das hatte ich ja im Vergleich rausgeschmissen aus anderen Gründen. Direkt noch Dokumente an einem Ort zu haben und sogar noch meinen privaten Kalender, einen Team Chat und noch so viel mehr. Das macht sogar Teams und den Google Workspace eigentlich überflüssig. Und eigentlich sind das auch alle Funktionen, die ich bei Box nutze. Das NAS hat alles, was ich brauche, aber eben lokal bei mir zu Hause. Dass ich noch zusätzlich Hosting betreiben könnte, ist ein tolles Gimmick. Und da habe ich auch, sagen wir mal, ein paar spannende Experimente mit euch vor. Ein wirklicher Unterschied existiert nur beim Preis. Je nachdem, was ihr wie stark wollt, kann es sehr, sehr teuer werden in beiden Fällen. Dieses gigantische NAS-System muss auch mit meinem gigantischen Bedarf an Online Cloud verglichen werden. Ich habe unlimitierten Speicher bei Box, für den ich im Monat 94,50 Euro bezahle. Im Monat. Da habe ich zwar nicht mit Speicher limitiert, aber mit Benutzern. Dieser Preis ist für zwei Benutzer. Das NAS kostet einmalig mit den 80 TB an Festplatten 7.626 Euro. Wobei das NAS den kleineren Anteil verursacht. Das meiste sind natürlich die Festplatten. Dazu kommen bei Dauerbetrieb grob 570 Kilowattstunden Energie im Jahr. Also grob 170 Euro Stromkosten im Jahr. Damit ist das im Betrieb etwa 964 Euro günstiger als die Cloud und hat sich also nach acht Jahren rentiert. Allerdings setzt das natürlich voraus, dass ich weiterhin nur zwei Benutzer in meiner Cloud habe. Bei sechs Benutzern ist meine Cloud schon doppelt so teuer. Und genau das bräuchte ich, wenn ich meine Freunde natürlich alle meine Videos gucken lassen möchte. Brauche ich auf der anderen Seite mehr Festplattenspeicher? Dann muss ich das NAS aufrüsten und dadurch wird das wiederum teurer. Ich habe das auch mal auf andere kleinere Setups gerechnet und bin bei den kleineren Modellen sogar meist noch vorteilhafter für das NAS rausgekommen. Häufig rechnet sich das Ganze nach zwei bis vier Jahren. Als kleines Beispiel das DS-224 Plus, das übrigens auch von einigen kleineren und mittleren Unternehmen eingesetzt wird, kostet beispielsweise mit 2x4 Terabyte Speicher nur 577 Euro. Der zweite große Unterschied, das NAS steht bei euch natürlich lokal rum. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das ist aber ein riesiger Vorteil, was Datensicherheit angeht. Dropbox beispielsweise hat einige Gespräche durchgeführt, dass Daten für KI-Training genutzt werden. Das kann euch lokal nicht passieren, aber mit meinen Daten, die bei Dropbox lagen, ist das passiert. Natürlich kann man dagegen aber Verschlüsselung benutzen für die Cloud mit zum Beispiel Kryptometer. Aber ich weiß, wie es in der Praxis aussieht und das ist auf Dauer einfach unbequem und deswegen macht es keiner. Auf der anderen Seite steht ein NAS wirklich bei euch rum und braucht halt dann auch Platz. Das stört mich persönlich nur bedingt, weil es perfekt in das Kallax reinpasst. Das ist saugeil, sollte aber natürlich bedacht werden. Das zweite und noch viel wichtiger für mich ist allerdings folgendes. Mein Cutter muss sich regelmäßig Dateien von über 30 Gigabyte von unserem geteilten Speicher ziehen. Er arbeitet örtlich gesprochen, nicht direkt bei mir, sondern im Homeoffice. Das heißt, er müsste sie natürlich mit meiner arschlangsamen Geschwindigkeit von 50 Mbits runterladen von meinem NAS, was in seine Arbeitszeit wohl wahrscheinlich gar nicht reinpassen würde. Würden wir aber gemeinsam in einem Büro arbeiten oder das Internet hier würde vielleicht endlich mal ausgebaut werden, dann wäre das NAS dann natürlich eher von Vorteil und nicht von Nachteil. Ist also kein Nachteil des NAS, sondern eher von Deutschland, I guess. Der einzige Nachteil von lokalen Daten wäre dann, dass bei einem Brand beispielsweise euer NAS mit abbrennt und eure Daten dann nicht abgesichert sind. Das kann aber je nach Cloud-Anbieter da auch passieren. Deswegen lasst mich hier noch eine Faustregel für Backups in den Ring werfen. Die 3-2-1 Backup-Regel. Das ist der Gold-Standard für Daten, die ihr auf gar keinen Fall verlieren wollt. Ihr habt drei Kopien all eurer Daten, die Originaldaten und zwei Backups. Wenn eins davon kaputt geht, sei es durch einen Hackerangriff oder durch Feuer oder irgendwas anderes, habt ihr immer noch die andere. Zwei steht für, ihr nutzt mindestens zwei verschiedene Arten von Medien, also etwa Festplatte, Cloud, USBs oder CD, DVD, Blu-Ray. Und eins steht für Offsite. Eine Kopie eures Backups sollte einfach physisch woanders liegen. Das könnte beispielsweise auch übrigens Hyper-Backup von Synology sein. Das ist ein kostenloses Tool, das eure Daten vom NAS zusätzlich in eine beliebige Cloud überträgt. Was heißt das also nun für uns? Für Privatpersonen ist ein NAS meist deutlich attraktiver, das eben bei euch steht. Es übertrifft natürlich auch problemlos externe Festplatten und hat extrem viele Möglichkeiten, wie ihr damit mehr machen könnt. Foto-Ordner mit Freunden, Videos mit anderen Teilen und direkt Stream oder sogar Hosting. Python Smart Home. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich geil. Die Möglichkeiten sind am Anfang fast ein bisschen überwältigend, das verstehe ich. Aber man kommt sogar als absoluter Anfänger sehr, sehr gut zurecht. Und auch als Profi und Bastler hat man einiges, was man noch tut. Allerdings müsst ihr natürlich zumindest ein bisschen was administrieren. Deshalb verlinke ich euch hier mal ein paar Videos von Synology in der Endcard, da erklären sie einiges. Das kann aber natürlich für manche auch einfach ein Vorteil sein, weil es einfach Spaß macht, sind wir ehrlich. Und was den Speicher angeht, wenn ihr nicht gerade Unlimited in einer Cloud habt, seid ihr mit einem NAS nach wenigen Jahren meist günstiger dran. Wie immer kommt es aber auf euren persönlichen Anwendungsfall an. Falls ihr euch allerdings für ein NAS entscheidet, ich kann das von Synology wirklich sehr empfehlen. Ihr findet ihre Produkte und den NAS-Berater, den ich vorhin empfohlen habe, unten in der Beschreibung verlinkt. Vielen, vielen Dank für die Zusammenarbeit und damit bis zum nächsten Mal und bis zu den nächsten tollen Experimenten im Cyberspace. Bis zum nächsten Mal.